Naja, wie gesagt, ich will hier zwar nicht so sehr unter den Rock gucken, ich will aber mal wissen, wie die Textur sich dort erweitert, aber das können wir ja so nicht sehen. Hm, wirklich, ich war nur auf die Textur aus. Was anderes könnte man da sowieso nicht sehen. So. Ja, wenn ihr mir nicht glaubt... Ja, Bitch, please, dirty mind. You have? Oh, oh, ich hab... Oh, fuck. Nicht genug Energie. Oh, oh, oh. So. Danke. Okay, die Energie hiervon kann ich jetzt wunderbar gebrauchen. Was war... Wieso ist dort Essenz? Das verstehe ich nicht. Egal. So. Was macht der? Der dreht sich auf der Stelle. Tschüss. Wieso ist die Tür jetzt wieder zu? Jetzt ist sie wieder auf. Hm. Ja, dich können wir aber trotzdem noch umbringen. Okay. Nachdem du so krankhaft um dich geschossen hast mit deinen Raketenfäusten. Äh. Warum sind die alle so wahnsinnig geworden? Alles nur wegen Elms? Wie gesagt, alles, was sich bewegt, verschwindet dann. Genauso die Sounds. Das ist sehr komisch. Mich würde es mal interessieren, warum dieser Fehler dabei entsteht. So. Wir müssen welche durch. Ähm. Wie kriegen wir den da jetzt weg? Äh. Komm. Wieso? Äh. Die hat die dumme Waffe nicht gezückt. Die kann sich nicht festhalten. Äh. Egal. Jetzt nehmen wir mal den Jabber... Den Stab des Jabber Wookies. So. Und dann laden wir den auf und... Bäm. Der Stab ist schon ziemlich mächtig. Wie gesagt, den sollten wir öfter... Hä? Öfter benutzen. Den Grafikfehler habt nun nicht nur ich gesehen, oder? Oh mein Gott. Wir gehen mit unserem Stäbchen. Was ist eigentlich die... Der Sekundärangriff. Oh, das Teil ist aber so gut gegen sowas. Hm, na. Komm. Ist das nur total zufällig? Ich blick da nicht durch. Hier. Ich störe. I don't get it. I'm so sorry. Äh. Warum euch... Also ihr fragt euch vielleicht, warum ich das nicht... Schnalle oder was? So. Probieren wir... Das... Nochmal aus? Wahrscheinlich bringt das aber eher etwas, wenn die Leute auf mich zukommen und mir... Direkt so, äh... Ach, verdammt. Macht das auch sch... Hä? Okay, die kommen dann an meiner Position wieder runter. Aber erst nach einer gewissen Zeit. Heißt das, ich kann jetzt... Die nach oben schießen. Und dann kommen sie hier... Okay, das ist so ziemlich Armageddon, aber das bringt uns jetzt gerade auch nicht weiter irgendwie. Hm. Es sind jetzt nur zwei Schüsse. Wieso kommt der Schuss auf mich runter? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Na ja. Wir sollten da lieber erstmal auf Altbewährtes zurückgreifen. Wenn das nicht so funktioniert, äh... Wie wir wollen oder... Wenn wir... Noch nicht verstehen. Die, äh... Texturen. Die sind ein bisschen scheiße gesetzt, muss ich sagen. Achso, hier, ne? So, da wir nicht wieder immer wieder in den gleichen blöden Weg gehen wollen. Kannst du dich mal... Hier. Weg mit dir. Mein Gott, jetzt. Yay. Wir kommen so nicht weiter. So, weg. Langsam geht der mir echt auf den Senkel. Und die halten so viel aus. Wenn ich die damit vergleiche, wie viel die am Anfang des Spiels ausgehalten haben, ist das... Im Vergleich. Ach. Viel zu viel. So, und weil die Stelle jetzt auch geschafft ist... Werde ich hier bestimmt wieder überrascht werden. Okay. Cheshire Cat. What's up? Oder nur Cheshire. Ach, komm schon. Achso. Ach, ne. Ich mein, da wär ich sowieso so gut wie wieder tot gewesen. Okay. Wie stumpf die Trigger hier gesetzt sind. Hauptsache, ich komm nicht, äh, ins Feuer rein. Schon nice, im Brunnen einen Flammenwerfer stehen zu haben. Ja, und das war's für ihn. Und wenn ich da jetzt reingehe, werdet ihr nicht wiederkommen. Danke. Sehr erfreut. Was? Was? Okay, du bist ein Nahkämpfer. Na, komm mal. Uah. Ne, ist ja unglaublich, wie viel ich da gerade verloren hab. Ja, ja. Das Spiel hat jetzt gerade auch so ziemlich viel mit Warten zu tun. Hui. Eine Büste des Hutmachers. Wer hat denn aber einen anderen Hut auf? Das ist nicht deren Ernst. So, hier. Weißt du was? Könntest du das? Hey. Ne Frage. Wieso? Alles muss man selber machen. Der war schon so gut wie tot. Warum konnte er nicht einfach noch weiter sterben? Ach, Gott. Ach, Gott. Das Licht ist komisch. Das ist die einzige Lichtquelle wirklich. Hm. Im Strudel wird man einfach auch nur runterfallen. Nee, langweilig. Hallo. Hallo. Dreh. Danke. Das macht sehr viel Sinn. Und, Rainer. So, ich frage mich, warum wir nicht einfach Geld hatten für eine ganz normale Haustür. Wüste 1. Ne, 2. Unten haben wir ja schon eine gesehen, oder? Wie viele wir jetzt nicht gesehen haben. Ach. Ja, das Entfangskomitee. Ja, ist okay. Oh, ich bin froh, dass ich die jetzt nicht mehr hier in Vierer- oder Dreierscharen um mich rum hab. Das war eine schlimme Zeit. Der sogar zu fünft, glaube ich, war einmal. Ach, je. Das war eine Party. Könnt ihr ja alles auch nochmal sehen, ne? So. Das ergibt Sinn. Ich stecke fest. Hier. Ihr hört's. Aha. Das ergibt natürlich auch Sinn. So, dat ist mir jetzt zu doof. War zwar nicht ideal getimed, aber was soll's. Hm? Okay. Eingang! Eingang! Vielen Dank.